Hallo da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar habe ich heute für euch den Unser einschüchternder Sub-Tag. Der wurde ursprünglich kreiert von Lindsay Ray. Das Video werde ich euch unten verlinken. In diesem Video soll es um die Bücher gehen, die auf meinem Sub, also meinem Stapel ungelesener Bücher liegen, die dazu führen, dass mein Sub auf die eine oder andere Weise einschüchternd ist. Ich habe für einige von den Fragen mehr als ein Buch, weil ich das nicht ganz eindeutig beantworten konnte und wie immer verlinke ich euch auch die Fragen und alle Bücher, die meine Antworten dazu sind, unten. Nicht wundern, falls ich nach unten gucke, da liegen meine Notizen zu den einzelnen Fragen und damit geht's jetzt los. Frage 1. Welches Buch konntest du nicht beenden? Dazu habe ich gleich zwei Bücher und zwar zum einen, wer diesen Kanal quasi von seinen Anfängen verfolgt, wird es wissen, von Megan Spooner, Skylark, Der eiserne Wald. Das ist das erste Rezensionsexemplar, das ich jemals abgebrochen habe. Es klang total gut, deswegen hatte ich es beim Heine Fliegt Verlag angefragt und ich bin, glaube ich, nicht weitergekommen. Ich glaube, ich bin bis knapp zur Elfte gekommen und dann habe ich es abgebrochen, weil es einfach, weil ich nicht mehr konnte, weil ich auch nicht mehr weiterlesen wollte. Das ist das eine Buch, was ich abgebrochen habe. Das andere, was ich abgebrochen habe, und ich werde jetzt leider den Namen des Autoren einfach töten und es tut mir leid, ist von Quan Zongshu, Fortress Besieged. Das war ein Geschenk und eine Leseempfehlung von einem chinesischen Freund von mir aus dem Auslandsjahr, der mir dieses Buch sehr empfohlen hat und sagte, das ist ein Klassiker der chinesischen Literatur. Tatsächlich ist es aber so, dass ich bis Seite 70 gekommen bin, weil ich in diesem Buch einfach das Gefühl hatte, dass nicht wirklich was passiert. Das ist relativ schade. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, mal ein bisschen mehr außerhalb dessen zu lesen, wo ich mich normalerweise rumtreibe. Aber dieses Buch war es einfach gar nicht und deswegen liegt es seitdem hier rum mit Lesezeichen drin. Frage 2. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil du nicht die Zeit dafür hattest? Auch da habe ich zwei Bücher, um das zu beantworten. Und zwar vom einen The Furious of Calderon von Jim Butcher. Und nicht nur, dass dieses Buch ziemlich dick ist, sondern das ist auch Teil einer Reihe. Das sind, wenn ich das richtig weiß, fünf Bücher. Und die haben alle diese Stärke bzw. dicke. Und ich weiß genau, dass mir das sehr gut gefallen wird, weil ich Jim Butchers Schreibstil sehr mag. Und ich mag sie, die Welten, die er schafft. Das heißt, wenn ich das erste lese, will ich auf jeden Fall auch das zweite lesen wollen und so weiter und so fort. Und ich habe gerade nicht die Zeit, die es benötigen würde, das zu tun und die ich dafür investieren möchte und auch müsste. Und deswegen ist das gerade so ein Buch, das ich aus Zeitgründen noch nicht gelesen habe. Das zweite, was ich schlicht und ergreifend aus Zeitgründen noch nicht gelesen habe, ist von Rick Riordan, Magnus Chase and the Gods of Asgard, The Sword of Summer. Das ist halt relativ ärgerlich. Das liegt hier seit einem Jahr um, bzw. ich habe es zu Weihnachten bekommen. Und das zweite ist jetzt draußen. Und ich bin aber ganz ehrlich einfach noch nicht dazu gekommen, mich da hinzusetzen, mir die Zeit zu nehmen und das in Ruhe zu lesen. Aber ich bin gerade sowieso ein bisschen hinterher, was die Rick Riordan-Sachen angeht, weil ich auch The Trials of Apollo noch nicht gelesen habe. Frage 3. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es eine Fortsetzung ist? Das ist relativ schwierig, weil ich in der Regel damit keine Probleme habe. Ich würde aber sagen, dass es gerade eins gibt, das ich nicht lese, weil es eine Fortsetzung ist. Ich warte aber quasi auf den letzten Teil, und zwar von Paul Dale, The Dark Lord's Handbook Conquest. Das ist der zweite Teil einer Reihe, von der ich vermute, dass es eine Trilogie ist. Es ist aber noch kein Erscheinungsdatum für das dritte Buch bekannt gegeben worden. Und deswegen lese ich das gerade nicht, weil ich die gerne am Stück lesen würde. Plus, ich müsste nochmal den ersten Teil, glaube ich, lesen, weil das ist mittlerweile auch fast zwei Jahre her, dass ich den gelesen habe. Und es gibt ein paar Details am Ende. Da bin ich mir nicht mehr ganz... Also, ich weiß, was passiert ist, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das zustande gekommen ist. Und bevor ich das hier lese, würde ich gerne noch den ersten Teil nochmal lesen. Frage 4. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es brandneu ist? Es ist weniger brandneu, als dass es brandneu bei mir ist. Und zwar von Jeremy Massey, Die letzten vier Tage des Paddy Buckley. Das ist hier tatsächlich gerade erst vor zwei Tagen angekommen. Das heißt, ich hatte schlicht und ergreifend noch nicht die Gelegenheit, das zu lesen. Frage 5. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil du ein anderes Buch vom Autor gelesen hast, welches dir nicht gefallen hat? Die Antwort dazu ist Reckless, Steinernis Fleisch von Cornelia Funke. Cornelia Funke und ich ist so eine schwierige Geschichte. Es ist wirklich sehr, sehr Hit und Miss. Ich liebe Tintenherz. Mit Tintenblut und Tintentod habe ich so meine Probleme. Ich habe vor anderthalb Jahren ein Autorenseminar zu Cornelia Funkes Werk belegt. Und auch da war es so, dass einige Sachen haben mir sehr gut gefallen, andere Sachen gar nicht. Und das letzte, was wir gelesen hatten, war Geisterritter. Das hatte mir gar nicht zugesagt. Und deswegen bin ich seitdem wirklich sehr, sehr am überlegen, ob ich dieses Buch lesen möchte. Mir wurde aber mittlerweile von verschiedenen Seiten gesagt, dass das hier sehr gut sein soll und dass ich dem doch durchaus nochmal eine Chance geben könnte. Deswegen ist es auch noch bei mir zu Hause. Frage 6. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil du nicht in der Stimmung dafür bist? Und die Antwort da ist The Fifty Second von Dehler. Das ist ein Buch, auf das ich mich sehr gefreut hatte und das ich auch unbedingt lesen wollte. Aber aufgrund des Themas ist das so ein Buch, von dem ich denke, dass das eher in den Herbst gehört. Also jetzt haben wir wieder Herbst, sind die Chancen größer. Und es ist aber häufig so, dass ich nicht weiß, ob ich so motiviert bin, dieses Buch zu lesen. Also ich bin häufig einfach nicht in der Stimmung dafür. Lass mich das so sagen. Und ich muss mal gucken, vielleicht, dass ich das jetzt mal demnächst zur Hand nehme, damit das mal was wird. Frage 7. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es riesig oder dick ist? Von Susanne Gerdin, Queen of Clouds, Die Wolkentürme. Das ist ein ziemlicher Brecher. Das war auch mehr so, dass mich, ich weiß nicht, das ist so eine ganz komische Geschichte gewesen. Ich mache das normalerweise eigentlich nicht, aber ich war im Buchladen und wir haben uns so umgeguckt und ich habe mir so dieses Buch angeschaut und es klang total interessant. Aber irgendwie war das dann, als ich es dann hatte, so, dass ich gedacht habe, das ist aber ziemlich groß. Und das hat halt 504 Seiten, also gar nicht so viele im Vergleich. Aber es ist halt häufig so, dass ich da so drüber gehe und so denke, nope, 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 nope. Da kann ich lieber zwei dünnere Bücher in der gleichen Zeit lesen, die ich bräuchte, um dieses Buch zu lesen. Aber ich bin quasi wild entschlossen, es irgendwann nochmal zu lesen. Frage 8. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es ein Coverkauf war, aber sich dann herausstellt, dass es schlechte Bewertungen hat? Streicht mal den letzten Teil, schlechte Bewertungen, das weiß ich nämlich für dieses Buch tatsächlich gar nicht. Es war ein Coverkauf und dann habe ich herausgefunden, dass, oder habe ich feststellen müssen, dass ich den Schreibstil überhaupt nicht mag. Und zwar ist die Rede von The Declaration von Gemma Morley. Okay, ich mag den Schreibstil von Gemma Morley, zumindestens hier drinnen nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich den grundsätzlich nicht mag, aber hier drinnen ist das echt so. Und ich habe das angefangen und irgendwie bis Seite 60 gelesen und obwohl Sachen passieren, habe ich nicht das Gefühl, dass das passiert. Weil das alles so sehr la 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 erzählt wird. Also ich kann es tatsächlich nicht besser beschreiben. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Autorin es nicht geschafft hat, Spannung aufzubauen in den Momenten, wo sie das hätte tun sollen. Und deswegen ist meine Motivation auch sehr gering. Und ich hatte dieses Buch gekauft, weil es interessant klang und ich das Cover halt sehr, sehr toll fand. Aber letztendlich war es das irgendwie nicht so richtig. Und ich muss jetzt mal gucken, es ist jetzt irgendwie drei, vier Jahre her, dass ich das drei, dass ich versucht habe, das zu lesen, dass ich das nochmal versuche. Ich sehe da aber relativ schwarz, ehrlich gesagt, weil es eine Dystopie ist und ich schon ähnliche Sachen wie das hier einfach gelesen habe. So, Frage 9, letzte Frage. Welches ist das einschüchternste Buch auf deinem Sub? Das sind für mich zwei. Und zwar zum einen ein Buch, über das ich in letzter Zeit ein paar Mal gesprochen habe, nämlich Shogun von James Clavel, was... Es ist gar nicht so dick. Das hat 500 ein bisschen was Seiten. Das Problem ist aber, dass dieses Buch sehr, sehr handlungsdicht ist. Und das schüchtert mich manchmal ein bisschen ein, weil das nichts ist, was ich mal eben so zwischendurch lese und auch gefühlt nicht so sehr zur Entspannung. Also, es ist nicht anstrengend, das zu lesen, aber ich muss mich halt schon sehr konzentrieren. Es gibt halt andere Sachen, die kann ich mal eben so nebenher lesen und das entspannt mich eher, während hier muss ich halt meine sieben Sinne beieinander haben. Das schüchtert mich manchmal schon ein bisschen ein. Und dann das Zweite, was ich als ein sehr einschüchterndes Buch auf meinem Sub empfinde, ist von Brandon Sanderson, The Final Empire. Tatsächlich zum einen, weil dieses Buch relativ dick ist. Es hat, ich glaube, 650 Seiten, was halt auch nicht so ohne ist. Und die Seiten sind halt auch... Also, diese jetzt nicht, aber die sind meistens halt relativ voll. Ihr könnt das an dieser sehen. Und halt auch einfach das Wissen darum, dass da eine Serie hinter steht, die alle jeweils genauso dick sind, beziehungsweise genauso umfangreich sind. Also, ihr könnt das ja da im Regal, seht ihr, die Reihe stehen. Ja. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen so, hm, ich würde das gerne lesen, aber irgendwie schüchtert es mich ein, weil da steht noch eine ganze Reihe hinter, die sind alle genauso dick. Und das ist total tragisch, weil die Reihe soll sehr, sehr gut sein. Also, nicht nur, dass mein Mann total schwärmt, sondern ja auch viele, viele andere. Aber irgendwie ist das eine ähnliche Geschichte wie mit Jim Butcher. Ich bin auf der einen Seite nicht so motiviert, The Furious of Color Runs zu lesen, weil das einzelne Buch dick ist, zum anderen aber auch, weil die Serie relativ lang ist. Und ich habe so die Theorie, dass es mir gut gefallen wird, weil ich auch, genau wie mit Butcher, ich mag Sanderson's Schreibstil sehr, sehr gerne. Oder, ähm, wie ihr wisst, habe ich schon relativ viel von Sanderson gelesen, gerade aus der Jugendbuchabteilung, von dem was er schreibt. Und ich würde das dann gerne lesen. Und ich fürchte aber, dass mir das gut gefallen wird und ich dann anfangen würde, den Rest der Reihe zu lesen. Und das ist ein bisschen einschüchtert, weil das sind viele, viele Seiten insgesamt. So. Das war's von mir zum Thema mein einschüchternder Sub. Mich würde jetzt interessieren, welches ist das einschüchterndste Buch auf eurem Sub? Also, welches ist das Buch, wo ihr so vorsteht und sagt, nope, 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 nope. Ähm, beziehungsweise habt ihr überhaupt so ein Buch? Lasst mir das gerne mal in den Kommentaren unten da. Das würde mich tatsächlich sehr, sehr interessieren. Das war's für heute von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich sehe euch dann zum nächsten Video. Ciao!